So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich habe mir gedacht, wir machen mal ein bisschen wieder Abwechslung hier auf den Kanal rein, nicht nur Analysen oder sonstiges, sondern vielleicht noch mal so ein kleines Projekt daraus. Und zwar habe ich drei Meme-Coins. Ihr wisst, ich bin grundsätzlich kein Fan von Meme-Coins, aber ich habe mir so gedacht, wir könnten ja einfach mal ein bisschen zocken auch auf meinem Kanal, beziehungsweise will ich euch mal so zeigen, ob das überhaupt sich lohnt oder nicht. Dafür habe ich jetzt drei Meme-Coins mal rausgesucht, die jetzt momentan so ein bisschen im Pre-Sale sind, beziehungsweise die auch auf YouTube ziemlich gehypt werden. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, nehmen wir mal die drei Projekte. Das ist einerseits Paper Unchained, Meme-Bet-Token und was war es noch? Crypto Allstars. Schauen wir uns jetzt alles mal an, wie die aufgebaut sind etc. pp., wie ihr die kaufen könnt. Und ja, am Ende entscheiden wir dann, ob wir da möglicherweise reingehen oder nicht. Die Links zu diesen ganzen Pre-Sales bzw. Meme-Token findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir starten jetzt direkt durch mit Pepe Unchained. Pepe kennt jeder Meme-Coin hoch 100, wer den Hype damals mitgenommen hat. Wie gesagt, ich bin normalerweise nie in Meme-Coins investiert. Dachten wir jetzt, ich mache jetzt einfach mal den Funder draus und wir investieren einfach auch mal in solche Projekte immer mal wieder und schauen uns das jetzt einfach mal an. Also Pepe Unchained, ihr kennt, wie diese Seiten aufgebaut sind. Ihr könnt das Ganze nochmal mit Ethereum, USD, Tether oder mit Karte kaufen. Das ist auch meistens der einfache Weg. Und dann wahrscheinlich mit B&B auch noch das günstigste. Was gleich zu Anfang da immer gesagt gilt, investiert da nicht wirklich viel Kohle rein. Ihr müsst damit rechnen, dass das Ding absolut ins Minus geht. Vor allem ist halt immer bei diesen Pre-Sales, vor allem bei diesen Meme-Pre-Sales immer wichtig, sofort rauszugehen. Das heißt, ihr müsst da immer up-to-date sein. Ich versuche das auch ein bisschen up-to-date zu halten und dann sofort raus. Ich werde diese Dinger auch nicht übers Ultimo laufen lassen. Sobald das Ding releast ist, sofort wieder raus und sowas. Also da, das ist schon mal so ein erster Ding, was wichtig ist. Die Tokenomics, um da nochmal kurz drauf einzugehen. Also momentan wurden schon knapp 14 Millionen oder über 14 Millionen hier eingenommen im Pre-Sale. Das ist auch relativ hoch. Wir haben eine Total-Amount von 8 Milliarden Token. Auch ordentlich, ist jetzt nicht gerade wenig bei so Meme-Coins. Aber gut, Pre-Sale-Preis sind hier 0,00981 derzeit, bevor die nächste Preissteigerung hier eintritt. Was gibt es hier oder was ist die Roadmap? Ich weiß nicht, ob man da überhaupt drauf eingehen will. Man will Pepe größer machen wieder, beziehungsweise den Hype daraus generieren, beziehungsweise Pepe Unchained dadurch mehr Hype generieren. Natürlich, Pepe kennt jeder, dann noch Pepe Unchained. Es gibt auch mittlerweile einen Haufen Artikel wieder auf irgendwelchen News-Seiten davon. Man versucht hier einfach Hype zu generieren und du brauchst Hype. Ich habe es diese Woche auch im Call mit Kevin gesagt, beziehungsweise im Livestream. Du brauchst heutzutage einfach Hype in Projekten und dann ist es auch wichtig, wie die Pre-Sales laufen. 14 Millionen ist jetzt nicht verkehrt, hier für den Anfang zumindest das erste Mal reinzugehen. Tokenomics nochmal, wie gesagt, es gibt 8 Milliarden. Im Pre-Sale werden 40% verkauft, 30% im Staking. Würde ich ehrlich gesagt nicht machen, also dass sie die Dinger staked. Ich würde die einfach nur kaufen und sobald der Launch ist, würde ich sofort verkaufen. Das ist meine ehrliche Meinung und anders würde ich das auch nicht handhaben, weil das ist absolute Zockerei, aber wie gesagt, das ist so ein Projekt. 50, 100 Dollar oder sowas maximal, wenn ihr es verkraften könnt, mehr würde ich da auch ehrlich gesagt momentan nicht reintun. Ja, wie lange läuft der Pre-Sale noch? Also jetzt wie gesagt noch einen Tag, eine Stunde, aber wird immer wieder verlängert bis zu höheren Preisen. Auch ganz wichtig. Ihr könnt euch hier alles angucken, How to Buy, Roadmap, FAQs etc. pp. Aber mehr gibt es hier nicht zu sagen, es ist ein Meme-Coin. Gehen wir zum zweiten Projekt und das finde ich ganz ehrlich sogar nochmal ein bisschen interessanter als nur dieses ganze Meme-Ding und zwar Crypto Allstars. Hier wird es eher darum gehen, Staking zu betreiben bei Meme-Coins. Auch hier läuft der Pre-Sale noch zwei Tage, drei Stunden. Wird wahrscheinlich auch nochmal ein bisschen verlängert, bis hier halt im Endeffekt die Grenze erreicht ist. Aber ist noch relativ früh, weil wir hier erst 1,4 Millionen eingenommen haben. Muss man auch dazu sagen, relativ geringer Betrag, wenn wir uns das PP-Unchained angucken, also da wird der Launch wahrscheinlich früher bevorstehen als hier. Also hier ist es nur ein Zehntel derzeit. Das heißt, man kann hier noch relativ zeitig einsteigen. Geht hier wie gesagt um Meme-Staking. Wurde auch schon auf einigen Portalen. Auch hier läuft momentan so ein bisschen das Marketing. Die Seite typisch memehaft im Endeffekt angeheucht. Gefällt mir aber, muss ich ehrlicherweise sagen, deutlich, deutlich besser als PP-Unchained. In Tokenomics auch hier muss man sagen, die Tokenomics sogar ein bisschen besser. Vor allem, weil wir hier nur im Vorverkauf 20% verkauft haben. Bei PP-Unchained waren es 40%. Vorverkauf Staking 25%. Marketing 20% ist relativ hoch. Aber du brauchst ein bisschen Marketing hier auch vor allem, um, sage ich mal, auch dieses Projekt zu pushen. Ist auch okay. Und Meme-Vault-Ecosystem 25%, also für das Staking. Kaufen brauchen wir auch nicht drauf eingehen. Ihr könnt das Ganze wie immer einfach kaufen, um euch das auch nochmal zu zeigen. Hier mit Krypto oder mit Karte. Auch hier immer das Beste. Ihr müsst hier nur auswählen, mit was dann noch BNB und eure Wallet verbinden. Mehr gibt es hier nicht zu sagen. Ansonsten häufig gestellte Fragen, wie gesagt, was ist das überhaupt? Meme-Staking wird auf vielen Portalen eben noch nicht angeboten. Ihr wisst, auf so großen Exchanges könnt ihr auch Staking betreiben. BingX, OKX, wie sie alle heißen und so. Aber Meme-Coins dort zu staken ist meistens nur so für einen kurzen Zeitraum. Und hier soll es halt dauerhaft angeboten werden. Ob es sich das rentabel ist, seid es mal dahingestellt. Würde ich aber auch erst an eurer Stelle dann machen. Wenn das Projekt wirklich mal sich bewiesen hat. Also auch hier gilt, nur das einsetzen, was ihr bereit seid zu verlieren. Ich würde sofort verkaufen und dann gucken, was macht das Projekt. Und dann überlegen, ob es sich lohnt, hier überhaupt dann noch irgendwie in Staking reinzugehen. So viel dazu. Mehr gibt es auch hier nicht zu sagen. Ist eine easy Website. Gibt nicht viel dazu. Wenn euch das interessiert, auch die Links dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So und dann Meme-Bet. Token dritter Meme-Coin jetzt am heutigen Tage. Hier wurden bisher 250.000 nur eingenommen. Muss ich aber auch sagen, ist auch so das Projekt, wo mich am wenigsten interessiert und wo ich beziehungsweise am wenigsten auch einsetzen würde. Auch hier werden natürlich die ganzen News-Seiten, wo hier Werbung betrieben wird. Was mich hier ein bisschen wundert, regionaler Sponsor von der argentinischen Nationalmannschaft hat mich ein bisschen gewundert. Okay, krass. Trotzdem alles, was mit Casino zu tun hat und so. Und das sagt ja die Website. Spielen sie mit Meme-Coins, Play-to-Earn, Exklusive-Vorteile für Inhaber. Globale Sportwetten, Krypto-Casino, kein KYC-Telegram-Casino. Aber absolut riskant. Also hier wirklich Warnung generell so. Alles, was mit Casino und Glücksspiel zu tun hat und so, solltet ihr wissen, dass das absolut riskant ist und absolut zum Totalverlust führen kann. Trotzdem, für wen das was ist, möglicherweise schaut euch dieses Projekt mal ein bisschen genauer an. Auch hier natürlich, wie könnt ihr es kaufen? B&B, Polygon, Ethereum, USDT. Also hier sogar nochmal billigere Möglichkeiten einzukaufen. Es sind erst 250.000 drinnen. Man muss hier aber auch, und das ist jetzt wieder so das andere. Wir haben hier schon die Tokenomics mit 70% im Vorverkauf. 2 Milliarden im Token gibt es insgesamt. 70% werden im Vorverkauf einfach schon verkauft. Ist heavy. 10% für die Liquidität nur. Und 20% Casino-Prämien. Könnt ihr euch jetzt selber denken, was so meine Meinung dazu ist. Ist ein bisschen viel. Marketing und sowas wird hier gar nichts gemacht. Also deswegen wahrscheinlich auch erst hier 250.000 USD eingenommen. Momentaner Pre-Sale-Preis ist bei 2 Cent. Ob die 2 Milliarden da wirklich verkauft werden, wird sich zeigen. Aber absolut riskant. Trotzdem Nummer 3 Pre-Sale-Token, den ich euch hier vorstellen wollte. Wie gesagt, wenn ich die Wahl hätte, dann wahrscheinlich eher Crypto Allstars. Gefällt mir vom Ansatz besser, mit Meme-Coins zu, ja, Staking zu betreiben, eine Vault zu haben. Gefällt mir besser, dann Paper Unchained und dann Meme-Bed Token. Und jetzt mal die Frage an euch da draußen. Ich würde sagen, wir können hier wirklich mal so ein kleines Experiment draus machen. Wenn wir sagen, okay, wir haben jetzt hier 3 Projekte. Wir machen hier einfach mal entweder 150 oder 300 Dollar. Wie würdet ihr die Aufteilung machen? Würde mich einfach mal interessieren, schreibt das mal in die Kommentare unten rein. Wie würdet ihr die Aufteilung machen? Wenn wir jetzt sagen, okay, wir zocken jetzt hier mal mit 150 oder 300 Dollar. Würde mich interessieren, schreibt es unten gerne in die Kommentare rein. Dann würden wir hier einfach mal ein Experiment drauf starten. Und ansonsten würde ich sagen, generell mal eure Meinung dazu sagen, was ihr von dem Ansatz, den ich jetzt hier fahren will oder zukünftig fahren möchte, was ihr davon haltet. In die Kommentare schreiben. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Start ins Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann war es das von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay Crypto.